Hallo, ich möchte dir heute erklären, warum du in die Schule gehen musst und was Schule mit der Politik zu tun hat. Wir alle kennen das. Fast jeden Tag stehen wir in der Früh auf und gehen in die Schule. Wir setzen uns in unser Klassenzimmer und unsere Lehrerinnen und Lehrer unterrichten uns in den verschiedenen Fächern. Hast du dich schon einmal gefragt, warum wir in die Schule gehen müssen und woher unsere Lehrerinnen und Lehrer wissen, was sie uns beibringen dürfen und was nicht? Damit Schule und Unterricht funktionieren können, braucht es Gesetze. Gesetze sind die Regeln eines Staates. Gesetze dienen als Schutz. Zum Beispiel sind Kinder davor geschützt, dass sie arbeiten müssen. In Österreich gibt es schon seit langer Zeit Gesetze für die Schule und den Unterricht. Maria Theresia bestimmte schon im Jahr 1774, dass alle Kinder von sechs bis zwölf Jahren in die Schule gehen sollen. Gesetze, die mit der Schule zu tun haben, sind schon sehr alt. Seit damals wurden die Schulgesetze oft verändert. Eine Monarchin oder einen Monarchen, die oder der Gesetze bestimmen kann, gibt es in Österreich schon lange nicht mehr. Seit über 100 Jahren beschließt das Parlament Gesetze. Im Plenarsaal des Nationalrates wird über die Gesetze diskutiert, abgestimmt und diese dann auch beschlossen. Alle fünf Jahre finden Nationalratswahlen statt. Je mehr Stimmen eine Partei bekommt, desto mehr Abgeordnete kann sie in den Nationalrat entsenden. Insgesamt gibt es 183 Nationalratsabgeordnete. Sie gehören zu verschiedenen Parteien und treffen sich im Nationalrat. Meistens schlägt die Regierung neue Gesetze vor. Das Parlament stimmt dann über diesen Vorschlag ab. Mehr als die Hälfte der anwesenden Nationalratsabgeordneten muss diesem Vorschlag zustimmen. Danach muss noch der Bundesrat dem Gesetz zustimmen. Schließlich bestätigen die Bundespräsidentin oder der Bundespräsident und danach noch die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler, dass die Gesetze beschlossen wurden. Gesetze werden im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Somit haben alle Interessierten die Möglichkeit zu sehen, was in den Gesetzen drinsteht. Du siehst also, Politik betrifft uns alle. Dich, mich und alle anderen Menschen, die in Österreich leben. Die Politik entscheidet über die Regeln, nach denen wir alle zusammenleben. Die Politik entscheidet über die Regeln, nach denen wir alle zusammenleben.